Das «Regio TV Plus» kommt jetzt mit einer richtig guten Neuigkeit auf euch zu. Es gibt eine neue Eröffnung, und zwar im Bratenle. Bei mir ist Gerry. Er hat mir angerufen und gesagt, «Danny, ich mache eine neue Reinigung auf.» Gerry, jetzt musst du das ein wenig definieren. Im Moment sieht man noch nichts, ihr ergibt Vollgas. Was für eine Reinigung ist das? Chemisch oder nicht chemisch? Oder wie sagt man das heute? Ja, man sagt eigentlich nicht mehr chemisch, sondern man sagt einfach Textilreinigung. Wir nennen uns Öko-Textilreinigung, weil wir wirklich ökologisch reinigen können. Wir haben ein Produkt von Sensene, das ist im Hauptgeschäft eingesetzt wird in der Reinigungsmaschine. Das ist aufgebaut auf eine Alkoholbasis und ist giftfrei. Hier waschen wir eigentlich und bügeln. Und ja, ich sage jetzt mal, von der ganzen ökologischen Seite her ist das für uns ein grosser Aufhänger. Denn das Produkt habe ich vor zwei Jahren an einer Messe angetroffen. Und dann hat es, wie es der Zufall wollte, ich musste noch eine Reinigungsmaschine haben. Die waren 17 Jahre und waren natürlich fällig. Und dann hat es sich das eine und das andere gegeben, als ich das Produkt gesehen habe. Da bin ich gerade zum Lieferanten, wo wir eigentlich die Reinigungsmaschine haben. Da habe ich gesagt, das ist irgendetwas, das sehr gut ist. Da kommt etwas auf den Markt. Und ich war der erste in der Schweiz, die das eigentlich, vor allem in Basel, das gemacht hat. Ich bin das Risiko eingegangen und es kommt gut raus. Du sagst, bist der erste, in dem Moment jetzt, wo da auch im Braten so etwas auf die Beine stellt. Ab dem Freitag kann man vorbeikommen. Was erlebt man? Wir geben jetzt eben Vollgas. Gibt es noch etwas zu habern? Wie kommt man rein? Wie geht das? Ja, das Habern ist ja so ein Problem. Das machen alle Leute. Aber wir machen das jetzt so nicht. Denn mit der ganzen Convite-Geschichte kommt das vermutlich gar nicht so gut rüber. Aber was wir machen, ist, wir werden 20% Rabatt geben auf das gesamte Sortiment. Also da kann jemand kommen mit Läden, mit Vorhängen, Teppich, also was er gerade will. Also normalerweise machen wir das nicht. Aber in diesem Fall würde ich sagen, da schlagen wir richtig zu und geben den Kunden irgendwie so ein Präsent, das dann gültig ist bis zum 30. Juni. Also 14 Tage. Also ab am 12. Juni auf Bratenle, hier an der Eröffnung der neuen Reinigung.